Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. So, da habt ihr jetzt den Dreck vom schwarzen Mann. Die Übertragung beginnt jetzt. Alle Zuhörer sind im Übertragungsmodus. Oder was sagt die gute Fee hier immer? So schnell kann es gehen. So, also wenn ihr Spaß haben wollt, dann solltet ihr mal euren Vermögensverwalter anrufen. War euch auch so scheißkalt, wenn ich rausgucke? Raureif auf den Dächern. Bah! Und ich bin vor drei Tagen noch mit offenem Dach gefahren. Ja, mit offenem Dach. Nicht, weil die Brücke so niedrig war und ich blind. Sondern weil da ein Knopf im Auto ist, wo man drauf drückt. Logisch, Südtirol ist warm. In China auch, super. Ja, und Autoscheiben kratzen, genau. Super. Ich bin heute Morgen an den Briefkasten gegangen für das Kind. Einmal auf die Straße. Und hab gedacht, ich bin in Polen. Scheiße kalt. Und draußen auf der Straße versuchen die Leute wieder mit Gewalt ihr Auto aufzumachen. Sigi, Schätzelein, das war... Du bist ja irgendwie ein bisschen durcheinander. Das war nicht gestern der Hitzerekord auf dem Brocken, sondern das war vorgestern auf dem Fichtelberg. Mensch, du musst schon ein bisschen aufpassen. Fürs Scheiße erzählen wird bei uns in der Firma nur einer bezahlt und das bin ich. Hihi. So, Jungs und Mädels. Ja, genau. Sätze sechs. Genau. Pro Ziffer ein Bier. Ich glaube, du musst langsam mit dem Bollerwagen zur Messe kommen. So. Was tun, sprach Zeus, die Götter sind betrunken. Wir werden uns heute Morgen mal nur um den Jungen hier kümmern. Und zwar werden wir uns heute schon mal dran gewöhnen, ohne Alarmsystem zu handeln. Zack, da haben wir ein neues Tief. Aufwärts-Trend kaputt. Okay, Resultat heißt Range. Aber Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Und Plutouts. Und hier die Korrektur. Ich muss mich erst mal an diese Scheiß-Plattform gewöhnen. Nein, habe ich nicht gesagt. Macht man nicht. Ich bin ein Liebeskind. Sag ich mal so. Meine Eltern haben das anders gesehen. Meine Eltern, die waren ja noch human. Meine Klassenlehrerin, die hat das auch nicht so gesehen. Und wir nehmen uns für das ganze Spiel einen nackten Chart. Heute ist mal nackt angesagt. Also nackter Chart. Und das heißt, ich klaue euch jetzt was. Kurze Frage am Rande. Wer hat sich denn gestern mal an das gehalten? Oder wer hat denn gestern das gehandelt, was wir gestern morgen analysiert haben? Und gestern auch noch auf Uftas gesehen haben oder geschrieben haben? Wer hat denn gestern morgen seine Pünktchen da rausgekitzelt? Wie die Free-Version? Welche Free-Version gibt es denn nackt? Okay, ich greife jetzt mal ein bisschen vor, wenn die Frage schon mal auftaucht. Auch wenn es bescheuert klingt. Aber wir befinden uns ja in der ganzen Branche so ein bisschen im Umbruch. Wer gestern gelesen, nee am Wochenende gelesen hat. Wer die Mail gelesen hat. Der hat wahrscheinlich auch gelesen, dass es in 14 Tagen den neuen Anschluss gibt, den neuen Datenfeed gibt. Ich habe mich gestern leider mit dem Finanzamt rumgeschlagen. Peter, ich sage da jetzt mal nichts zu. So, hier drunter gehe ich short. Mit einer kleinen Position, mit einer dritten Positionsgröße. Ich habe mich gestern mit dem Finanzamt rumgeschlagen. Super. Also, es gibt am 23.11. gibt es ja einen neuen Datenfeed von der City. Hups. Das heißt, ich bin schon short. Kommen wir gleich drauf. Gibt es ja einen neuen Datenfeed von der City. Und wie ihr gelesen habt, wird sich der Unterschied zwischen Commission-Based und Spread-basiert ja etwas ändern. Bis jetzt war es, oder bis vor einer Weile war es ja immer so, dass wir das Commission-Based-Modell vorgezogen haben, weil wir einen Spread von 0.1, 0.2 hatten. 0.1, 0.2, 0.3 und eine Commission von 8 Dollar. Diese Spreads werden wohl in der Form nicht mehr zur Verfügung stehen, sondern die Commission wird wohl gesenkt. Wohin, wohin, auch immer. Die Commission wird gesenkt, aber es gibt dafür einen Spread von einem Punkt. Ich hatte gestern Abend lange Gespräche und lange Diskussionen, was das betrifft, was mich dazu gebracht hat. Nach langem Rechnen hin und her. Und ich glaube, die Leute, die hier neu sind, haben das ja sowieso schon. Die haben ja ihr Konto auf Spread-basiert laufen. Und bei uns wird es so sein, dass ich meinen Konten auf Spread-basiert umstellen will. Da wir Spread-basiert das gleiche Preisniveau haben werden wie Commission-Based. Das heißt, die Vorteile, die wir Commission-Based mal hatten, die sind dann weg. In der Form wird sich Spread-basiert wohl besser darstellen. Zumal wir da eine Deckelung im Spread haben, wo der dann auch immer sein wird. Es war ja bis vor der ganzen Weile noch so, dass der Spread bei 3 gedeckelt war. Das wurde dann angehoben auf 5. Hier gibt es auch gleich eine 5. Mein Kaffee ist leer. Ach ja. Mitten in der Woche und schon so ein schlechter Tag. Ja, Leute, schickt das Arbeitsamt. Deswegen mennen wir unsere Konten auf Spread-basiert umstellen. Wir haben dann die Deckelung und die Gebühren sind in der Form entweder gleichgesetzt oder wahrscheinlich sogar besser als Commission-Based. So viel am Rande dazu. Ich werde meine Umstellung morgen nach dem Webinar vornehmen. Richtig, Rolande, du hast recht. Draußen, Rauhreif, Zeit für Thailand. Zack, Position im Markt. Und den Stop hinterher. Und wir haben als erstes Ziel unten die 38. Dort ungefähr ist das erste Ziel, wo wir dann auch reagieren sollten. Wir sind 1,0947. Es sind drei Punkte im Risiko. Die können wir verkraften. Die Umstellung schriftlich bei BH. Es langt eine E-Mail. Das langt eine vollkommene E-Mail. Einfach eine E-Mail an BH schicken, den Namen rein und die Kontonummer rein. Einfach sagen, die mögen bitte das Konto umstellen auf Spread-basiert. Und dann haben wir dieses ganze Theater, was wir die letzten Monate oder die letzten anderthalb Jahre hinter uns haben, wo wir überlegt haben, Mensch, was machen wir jetzt? Handeln wir jetzt Spread-basiert? Handeln wir jetzt Commission-Based? Was ist jetzt besser? Was ist während den News besser? Das ganze Theater können wir hinter uns lassen. Das hat sich dann erledigt. Und wir können auch mit einem Punkt festen Spread rechnen. Das hat auch nichts damit zu tun, dass BH die Kostennummer ändert oder so. Sondern die ganze Branche befindet sich extrem im Umbruch. Wir werden uns da noch putzen. Es gibt ja auch eine neue Kontonummer. Ja, die gibt es dann ab, ich glaube, ab 23. November. Dafür was Positives. Wir haben den DAO, den wir nachmittags handeln. Die DAO-Strategie übrigens, Georg, schicke ich dir, oder habe ich dir, glaube ich, schon geschickt. Die neue Version, oder? Dass das Fernseher noch nach einmal aufploppt. Wir haben die DAO-Strategie fertig, die wir auch im Test laufen haben. Nicht wahr, Georg? Und die die letzten, ich muss jetzt lügen, ich glaube, die letzten zwei Wochen, die wir die jetzt getestet haben, hervorragend funktionieren. Zack, stopp über das Hoch. Danke, Marco. Stopp da drüber. Und dann gucken wir uns gleich mal das Regelwerk dazu an, damit auch die Newcomer wissen, wie das hier so funktioniert. Bei 12 Punkten werde ich wohl die Nummer dicht machen. Ich will mein Tagesziel haben. So, und wenn wir uns unsere Zielbereiche angucken, dürften wir spätestens hier unten in dem Bereich 26, das sind noch 14 Punkte, das ist sehr weit, hier bei der 37, 36, 37, sollten wir reagieren. Hier in diesem Bereich Späß hier unten, sollten wir sehen, dass wir unser Tagesziel sichern. Meine Positions-Break-Even abgesichert. Ist der Spread nicht auf ein PIP fixiert und die Gebühren stehen noch nicht fest? Ja, so ungefähr. Die Commission kommt noch. Das wissen wir auch in ein, zwei, drei Tagen vielleicht. Auf jeden Fall spätestens am 23. Ja, Klaus-Dieter, Spread is break-even. Wie ist das zu verstehen? Die ganze Branche befindet sich im Umbruch, so wie ich das sage. Das ist, dass sich ein paar Gesetzesvorlagen nicht für euch, sondern für die Broker geändert haben. Und damit ein, zwei große Broker weltweit entstanden sind, die sich mit anderen Unternehmen zusammengeschlossen haben, die andere Auflagen gekriegt haben und dadurch auch andere Gebührenmodelle haben. Mitbewerbsgerüchen, genau so sieht das aus. Aber wir sind ja hier ganz gut aufgehoben. Wir haben eine vernünftige Plattform und wir haben hier immer noch die Möglichkeit, und die werden wir wahrscheinlich dann auch ab Januar so machen, dass wir in Zukunft drei Tage die Woche unsere Position hier morgens auch live handeln werden, so wie wir das jetzt gerade tun. Da, break-even abgesichert. Und wir werden ab Januar drei Tage die Woche morgens unsere Position erklären, die wir hier handeln, werden die live handeln, so wie das sein soll. Und dann werden auch wir eine ganze Geschichte ändern müssen, aber dazu gibt es mehr Ende des Monats. Wir werden wahrscheinlich die ganze Geschichte zusammenpacken in ein Paket, Morgen-Webinare, Abend-Webinare oder Nachmittags-Webinare, News-Trading und unseren Blog, den wir dann zu dritt führen werden. Das heißt, wir werden mit drei Leuten unsere Position dort veröffentlichen. Das heißt, Christoph, er sitzt ja wahrscheinlich irgendwie noch auf der Bettkante und zeigt mir einen Vogel, aber Christoph und Günther und ich werden unsere Position, eventuell Rolando, werden wir unsere Position dann im Blog auch dementsprechend dokumentieren. Aber mehr dazu dann nach der Messe in Frankfurt, wenn wir die W.U.T. hinter uns haben. Nicht wahr? Ja, so, 38, wir sind sieben Punkte vorne. Wenn er jetzt hier durchschießt, dann werde ich sehen, ich will sehen, dass ich mein Tagesziel reinkriege. Es wird auch, wir werden uns schon mal darauf vorbereiten, wir wollen nämlich in Zukunft sehen, dass wir morgens genau um diese Zeit sehen, dass wir bis halb 9, 9 unser Tagesziel von 12, 13 Punkten drin haben. Nur mal zur Erklärung, damit nicht wieder einer auf falsche Gedanken kommt, wenn ich zwischendurch mal eine Sekunde ruhig bin oder so, liegt das nicht daran, dass ich betrunken bin am frühen Morgen, so wie man mir mal unterstellt hat, sondern ich handel meine eigenen Konten noch parallel auf zwei Rechnern, die hinter mir stehen. Stopp nach 10, erstmal ist der Stopp nach 10 hier schon automatisch passiert, wir waren acht Punkte vorne, damit ist der Stopp schon mal auf plus zwei. und wir müssen hier warten, bis der Schlusskurs dementsprechend da drunter ist und dann sollte er in der Möglichkeit hier rausschießen nach unten und das jetzt bitte mit Musik Zack und 12 Punkte mein Stopp geht hinterher und wir haben da unten bei der 29 jetzt wäre die geizig 47 der Einstieg und mein Stopp geht jetzt da drüber ich weiß nicht schnell genug na komm 12 bis 15 Punkte ist mein Tagesziel da fehlt noch ein paar Tick und zwar hätte er jetzt laufen dürfen laufen müssen bis an die 29 deswegen liegt auch da mein Tick Profit den lege ich ein kleines Stück höher wenn das noch was bringt da darf er hin wir haben genau da jetzt den Widerstand, da haben wir unsere Zielbereiche, da Rücklauf, Zielbereich getroffen, deswegen liegt auch mein Stopp da und da hängt jetzt viel von der 5-Minuten-Kerze ab, die auch noch eine ganze Minute geht, ja, mein Stopp liegt auch bei 8. Ja, 38, 9,2 Punkte, da hat er mich wahrscheinlich auf den Tick genau erwischt, 9,2 Punkte, soll ich euch was sagen, ja, ärgerlich, ein Tick zu geizig, aber wirklich ein Tick und Ziel ist es ja morgens die minimale Zahl der Punkte zu erreichen und ich werde jetzt mal eine Umfrage machen und bitte seid ehrlich, ich will auch wissen, wer dabei gewesen ist. Ja, ich bin auf den Tick genau rausgeflogen. Hier in dem Konto, beim anderen Konto bin ich noch drinnen. So, macht mal schnell eure Kreuzchen. Hier bin ich um Tick genau rausgeflogen, hier lag mein Stopp bei 38,1 auf dem anderen Konto bei 38,5, so kann es gehen. Einstieg war bei beiden das gleiche. Stopp auf meinem anderen Konto auf 35, auf 12 Punkte aufs Tagesziel. Macht mal bitte schnell eure Kreuzchen hier, damit wir ein Ergebnis haben, weil wenn wir mit der Nummer durch sind hier, dann können wir uns auch verabschieden und so werden wir das in Zukunft auch tun, dass wir morgens unsere Punkte ziehen und uns dann entsprechend verabschieden werden. Das ist Disziplin im Handel. Warum hast du zwei oder sogar mehr Konten bei WH? Ja, bei WH insgesamt acht Konten. Einmal, weil ich einen Teil Spread und einen Teil Commission-based gehandelt habe. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, dass wir etliche Tests laufen haben von verschiedenen Sachen, so wie wir gerade erzählt haben, dass wir im Dow Jones auch Sachen handeln, die wir gerade probieren. Wir haben US-Dollar-Yen noch eine Geschichte, die wir schon seit längerem testen. Bei uns geht nichts raus, was wir nicht selber auf Live-Konten gehandelt haben. Das heißt, alles was wir machen, alles was wir rausgeben, was wir euch zur Verfügung stellen, ist bei uns auf Live-Konten von uns selber gehandelt worden. geht erst dann raus, wenn es auch Performance bringt. Und immer mit dem Hintergrund ein Teil Commission-based und ein Teil Spread basiert. So, und um auf die Frage einzugehen, da haben wir Multipro, um mal zu gucken. Ich habe es jetzt nicht geschafft. Ich wollte heute Morgen eigentlich einen Auszug ziehen. Wir haben das ja gestern Nachmittags schon mal gezeigt. Ihr könnt euch ja die Aufzeichnung von dem Nachmittags-Webinar gestern mal angucken. Wenn ich das immer auf die halbe, wird meine Position auch raus. Tagesergebnis drinne. Ich versuche mal die Nummer jetzt da rauszuziehen. Mal gucken, ob wir das jetzt hinkriegen. Meine Position ist raus. Mein Stopp hatte ich da drüber gezogen. 12 Punkte, 12, 13 Punkte ist mein Tagesziel. So, da ist das Ergebnis von heute. Es sollte auch lang. Wie ich Klaus-Dieter kenne, ist ja wahrscheinlich noch drin. Höhöhöhöhöhöhöhö. Peter, Peter, ha, ha, ha. 46 Prozent haben nicht mitgehandelt. 0 Prozent sind plus minus 0. 51 Prozent der Teilnehmer heute sind vorne und 3 Prozent hinten. Warum auch immer. Wahrscheinlich irgendjemand, der vorher schon seine stolzen Verluste eingefahren hat. So, und jetzt werden wir mal gucken, ob wir den gestrigen Tag hier mal reinkriegen. Bis gestern Abend. Genau. Da haben wir ihn. Position ist durch. Ja, Herr Systemadministrator, das ist dein Job. Ne, ist kein Vorschlag, das ist eine Aufgabe. Schätzelein. Äh. Upp. Falsche Nummer. Da haben wir sie. Und. So. Von Ferit kam gerade die Frage, was mit Multipro ist. So. Wir haben Multipro die Nummer bis gestern Abend. Ich mach das jetzt mal Stück für Stück, dann kann man das besser sehen. Okay. Das ist Position 1. 1, 10, 0 6. Drei Kontrakte rausgenommen bei 85 mit 20 Punkten, und bei 93 mit 11 Punkten die anderen zwei Kontrakte rausgenommen. gestern früh um halb zehn so dann fünf kontrakte gelongt bei 79 rausgeflogen bei 77 mit zwei punkten wie sie sehen sehen sie nix ups warum nicht ich probiere es mal so jetzt besser ok also noch mal von vorne wer gestern morgen angefangen hat und wer multipro gebucht hat und das signal auch genommen hat die signale sind immer dann wenn wir sie diesen dunklen balken sehen dann gibt es ja auch dieses pop up fenster okay jetzt ist die möglichkeit da und wir sehen auch dass die möglichkeit da ist einstieg hier bei 1106 mit fünf kontrakten drei kontrakte rausgenommen bei 109 85 mit 20 punkten der take profit liegt auf 20 punkte und für die für die anderen zwei kontrakte sind wir mit zwölf punkten raus dann ist das tagesergebnis eigentlich schon durch locker und das um 10.44 und dann hat sie das blatt gewendet und wir haben gelongt bei 79 und sind rausgeflogen bei 77 mit zwei punkten verlust dann dann haben wir das das kann nicht sein da hat er da hat er diese diese short position rausgeschmissen da da haben wir geshortet bei 77 und hier sind wir breakeven raus das war eine plus minus null nummer da dann haben wir hier immer wenn der dunkle balken hier kommt ne da haben wir geshortet bei 65 fünf kontrakte bei 65 und sind rausgeflogen bei 66 mit einem punkt verlust und dann gestern neuer mittag nochmal geschortet ob bei 52 ups und rausgeflogen bei 50 mit 22 punkten und das war es dann auch dann war auch schluss das heißt wir hätten auch gestern gar nicht den ganzen tag dieses geier haben müssen gestern morgen erste position gesplittet drei kontrakte rausgeflogen mit 20 punkten zwei kontrakte mit 12 punkten ähm dieses ergebnis sollte für den tag mit 32 punkten 20 und 12 taschenrechner raus mit 32 punkten sollte ja genügen viel mehr sollte man ja gar nicht machen heute morgen das gleiche spiel hier hier bei 47 rein und hier bei 38 mit 9 punkten raus und auf dem anderen konto sind wir mit 12 punkten raus und damit ist das ergebnis völlig ok jetzt stellen wir das ding nochmal auf automatik und dann mal gucken was das ding bringt können durchaus noch das nächste short einstieg kommt so 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 wie klar ergebnisse haben wir drin es ist halb neun die meisten punkte also über die hälfte der teilnehmer sind heute mit ihrem tagesergebnis glaube ich durch 11 12 punkte ich sag mal der der ein realistisches tagesziel hat ist mit 11 12 punkten ja ganz gut bedient wer eine vernünftige positionsgröße handelt und nicht mit zwei mikroloss ich hau dir gleich in den innenstab um deine luzerner ohren nah mein freund ne wer ein ganz vernünftiges tagesziel hat ähm der ist auch dabei so und um multipro um die frage von faire zu beantworten multipro fängt jetzt an hat hier eine stop oder hinterher hier hingelegt und wird das ding jetzt automatisch handelt mehr dazu heute nachmittag was ist mit dem stop von wer ist im tagesziel das kann ich euch erst mehr dazu sagen wenn wir den november überstanden haben wir haben momentan wirklich die problematik dass die programmierer überlastet sind volle granate überlastet sind wir haben den nano trader free äh soviel auch schon mal dazu dass wir euro pro ohne den 1 minuten alarm den 5 minuten alarm haben wir aber ohne den 1 minuten alarm im nano trader free auch realisiert haben aber dazu mehr wenn die geschichte läuft ach das war gar kein luzerner dann schieb ich dir den innenstab ab auf den brocken das war der junge im harz horzlöffel echt kaum hat man sie satt hat man sie groß werden sie frech peter ich habe von meinen jungs geredet nicht von denen könntest du bitte 5 minuten chart nochmal erläutern hatten wir dort einen trendbruch ähm willst du eine ehrliche antwort du solltest sehen dass wir dass du deine trenddefinition mal auswendig lernst dass du deine trenddefinition mal auswendig lernst wir haben noch eine klare trenddefinition multipose short ja wir haben noch eine ganz klare trenddefinition und hier unten haben wir jetzt sogar die zielnummer erreicht doch guck mal seit 7.05 Uhr haben wir eine abwärtstrenddefinition da haben wir das tief gebrochen und multipro und multipro ich glaube wir wollen den rechner mal neu starten da multipro ist ebenfalls short bei 33 aber wir werden mal die punkte rauskitzeln ich werde mal ein kontoauszug ziehen dann werden wir uns heute nachmittag mal mit den punkten auseinandersetzen die da die multipro gemacht haben wir haben da ein paar parameter angepasst und wir haben die jetzt im test laufen das heißt multipro wird in einer woche wieder absolut stabil laufen so wie man es eigentlich gewohnt war ok ich weiß es ist halb neun aber die punkte sind im sack für heute den rest im kleinen rahmen macht jetzt gleich die automatik die auch gleich break even ist und wir werden uns jetzt hier verabschieden wir die werden morgen in der app erscheinen die einstellung von multipro wir werden uns jetzt hier verabschieden ziel ist es ja unser tagesziel zu erreichen das haben wir im sack und damit verkrümmeln wir uns jetzt hier schön die pünktchen behalten das ist ja eigentlich sinn und zweck der übung morgens zeitig aufstehen einmal kurz die euklein reiben ein paar pünktchen aus dem markt kitzeln deswegen sind wir scalper und wenn wir die pünktchen aus dem markt gekitzelt haben dann hüß ne so wollen wir das haben der dax ist nach wie vor in dem bereich bis 11.050 ähm da darf er auch hin und von 11.050 an haben wir gestern nehmertag erläutert sollte der dax nach möglichkeit wieder anfangen zu fallen wir sind immer noch auf die 10.650 fixiert ich habe auf dem einen konto eine position drin ich weiß der stopp ist relativ weit aber das ding handeln wir genauso wie wir es handeln wollten der stopp liegt bei über 100 punkten aber wir haben auch 300 punkte ziel vor der nase wir sind trotzdem im chv von 1 von 3 zu 1 soviel dazu Draghi spricht gleich sagt mir die martina wo bei euch oder bei uns bei euch auf der insel ha wir planen übrigens unsere wohnbietour für nächstes jahr die wir eventuell in england und in irland machen wir werden das wohl bei euch darf ich nicht rüber doch der darf zu euch der darf springen äh schwimmen sollten wir darüber reden vielleicht komme ich die hier auf deinem Pferdehof mal besuchen wenn du Platz für mein Wohnmobil hast aber erstmal muss es dazu wärmer werden ne ok wir verkrümmeln uns den Rest pflücken wir morgen heute Nachmittag auseinander wer möchte kann heute Nachmittag gerne dabei sein wer die Mail am Wochenende gelesen hat wird gesehen haben dass wir dadurch dass fast die Hälfte der Webinare oder die Hälfte der Webinare der Nachmittagswebinare weg ist haben wir den Preis gesenkt auf 75 Euro bis Weihnachten dafür für die 75 Euro werdet ihr dann auch Christoph mal mit Zipfelmütze zu Weihnachten sehen weil immer wenn der frech ist muss er eine Zipfelmütze aufsetzen äh die Restzeit könnt ihr für 75 Euro noch buchen in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag wir sehen uns heute Nachmittag wieder wir werden nachher nochmal ganz kurz bei ähm ufbas.de die Position nochmal begleiten die jetzt noch läuft die Short Position von Multipro läuft die handel ich auch an manuell selbstverständlich ähm und vielleicht können wir noch ein paar Punkte drauf packen Tagesziel haben wir ja dick im Sack wer hier neu ist ähm nur zur Info denkt bitte dran 3-4 Mal könnt ihr uns gerne besuchen könnt ihr gerne als Lattenking oder als Zaunkönig hier dabei sein danach möchte ich euch bitten fair zu sein kauft euch einfach eine Euro pro Lizenz dann könnt ihr auch die nächsten Male bei den Webinaren dabei sein führt und wer äh W.H. noch nicht kennt und so weiter bitte gewöhnt euch dran oder bitte macht öffnet euer Konto bei W.H. Self Invest über uns da draus können wir diese Webinare hier finanzieren ähm und nur so lange können wir unser Modell auch aufrecht erhalten so wie wir das jetzt haben also wer da drüber nachdenkt eventuell Kunde zu werden Kontoanträge findet ihr bei uns auf der Homepage oder bei uns in der Mediathek ähm und ansonsten stehen wir von 10 bis 20 Uhr jeden Tag gerne Rede und Antwort unter 055 45 96 99 096 in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag wir sehen uns wieder heute Nachmittag tschüss tschüss und moin moin in die Schweiz und in den Harz euer Skype-Trader Thorsten mit Team Rolando und Christoph tschüss tschüss und moin moin